Liebe Jungs, liebe Mädels, liebe Eltern, liebe Amateurfußballer, liebe Vogelfußballer, willkommen bei unserer neuen Challenge Athletik der Horn. Die erste Athletikübung, die wir heute gemeinsam machen wollen, ist eine reaktive Fitnessübung. Sie ist essentiell wichtig für den Kern des Körpers, sie trainiert und stabilisiert also den Core-Bereich perfekt. Sie ist super, um auch rückseitige Strukturen wie Gesäßmuskulatur oder Rückenmuskulatur mit zu trainieren und sie ist somit einfach essentiell wichtig, um später im Spiel seinen optimalen Speed und seine optimale Leistung abzurufen. Die Challenge besteht ganz einfach darin, wer hält diese Übung am längsten durch? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt, wie lange ihr diese Umdurchhält und denkt daran, natürlich am Ende eines jeden Krafttrainings ist eiweißreiche Ernährung natürlich essentiell wichtig. Deswegen gönne ich mir jetzt das hartgekochte Ei. Wir sehen uns! Untertitelung des ZDF, 2020